Heute geht es um, oder besser gesagt, geht es nicht um das vierte Jhana und den Eintritt in die formlosen Welten der Nichtwahrnehmung, sondern ganz einfach um unseren alltäglichen buddhistischen Pfad und wie wir unseren Pfad halt in die Praxis umsetzen können. Es geht kurz um die Aspekte des achtfachen Pfades und ausschließlich die ersten beiden Faktoren von rechter Ansicht, Samadhi, und rechter Absicht oder Intention, Samasankapa. Also wie gesagt, geht es um den achtfachen Pfad, den wir halt in unserer Praxis in den Alltag einfließen lassen wollen und wo es halt nicht nur erstmal um theoretisches Verständnis geht, sondern wo wir halt genau gucken können, wo welche Praxen für uns möglich sind und was wir halt tun können, um diese Faktoren des achtfachen Pfades zu entwickeln. Dann fange ich mal mit einem kleinen Zitat an oder einem wichtigen Zitat von Buddha. So, hier sagt der Buddha, Ich lehre nur eines, das Leiden und den Weg aus dem Leiden und der Weg, der zum Aufhören von Geburt führt, ist eben dieser edle achtfacher Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Also gerade dieser Pfad, der als Aspekt der vierten Wahrheit, der vierten edlen Wahrheit angesehen werden kann, der zur Auflösung des Leidens führt, besteht aus drei Teilen oder drei Säulen, und zwar der moralische Aspekt, Sila, der Aspekt der geistigen Schulung oder Samadhi, Konzentration und die Entfaltung von Weisheit, Panya auf Pali. Diese achtfache Pfad ist zu verstehen als praktisch eine spirituelle Reise, die uns vom Buddha vorgegeben worden ist, und auf der wir uns natürlich alle freiwillig befinden, ob wir uns halt nur in formaler Meditation, auf Meditationskissen befinden oder im Alltag. Die Faktoren von Moral, geistiger Schulung und Weisheit kann man praktisch mit einer Art Tripod vergleichen, die unsere ganze Entwicklung auf diesem Pfad halt aufrechterhält. Fällt nur eine Stütze von diesem Tripod aus, bricht natürlich auch alles andere zusammen. Das Ziel dieses achtfachen Pfades ist die Entwicklung eines höheren Geistes und ultimativ natürlich die Entwicklung befreiender Weisheit. Dieser höhere Geist, den es zu entwickeln gilt, der dient dem höheren Gut, das was geschickt und heilsam ist. Wir entwickeln praktisch unsere eigene innewohnenden Güte, die hier und jetzt jederzeit möglich ist. Der achtfache Pfad, wie gesagt, heißt achtfacher Pfad, weil er aus acht Faktoren besteht. Der erste Faktor, die rechte Ansicht oder auf Pali, Samadhiti. Der zweite ist die rechte Absicht, Samasankapa. Die rechte Rede als dritter Faktor, Samascha. Der vierte Faktor, die rechte Handlung, Samakamanta. Rechter Lebensunterhalt, Samasajiva. Rechte Anstrengung, Samasayama. Rechte Achtsamkeit, Samasati. Und die rechte Konzentration, Samasamadi. Das Wort Recht, oder das wird auch oft mit richtige Ansicht oder richtige Absicht übersetzt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann auch so viel wie weise Ansicht, weise Absicht bedeuten. Und da ist halt wichtig zu verstehen, dass es halt immer der jeweiligen Situation entsprechen sollte. Das ist eine Art dieses Richtige oder Rechte halt eher als eine Art Balance zu verstehen. Dass ich halt all diese Faktoren in jeder Situation in mir ausbalancieren kann. Diese achtfache Fahrt, die von Buddha vorgegeben wurde, ist natürlich kein orthodoxes Dogma, dem wir uns halt unterordnen müssen, sondern es geht hier um einen Weg, und zwar einer lebendigen, spirituellen und auch kreativen Reise, die uns halt aus dem Kreislauf des Leidens führt. Praktisch ein freiwilliges mentales Training. Die buddhistische Lehre erfordert natürlich kein blinden Glauben, sondern wir sind halt vom Buddha eingeladen worden, diese Lehre zu prüfen und zu schauen, ob sie wirklich zu weniger leiden oder im Endeffekt auch zur Auflösung des Leidens führt. Und zu sehen, ob diese Lehre, die er halt darbietet, mit unserer Realität übereinstimmt. Und das ist halt dieser Faktor von, wie der Buddha sagt, Ehi, Passiko, komm und schaue, sieh für dich selbst, überprüfe. Der 8-fache Pfad ist natürlich aus seiner ersten Lehrrede, der Dhamma Chakapavatana Sutta, indem er diesen Weg halt als mittleren Weg bezeichnet, der beide Extreme, der Sinnesfreude oder Sinnesbegierde und halt den Extremasketentum vermeidet. Hier nochmal kurz der Buddha. O Mönche, es ist durch Nicht-Verstehen, Nicht-Penetrieren der vier Dinge, dass wir so lange herumliefen, so lange im Kreislauf der Existenz wanderten, du und ich. Welche vier? Moral, Konzentration, Weisheit und Befreiung. Wenn diese vier Dinge, o Mönche, verstanden sind und penetriert werden, so ist die Begierde für Existenz entwurzelt, zerstört es das, was zu einem erneuten Werden führt und es gibt kein neues Sein. Meditation, ihr Mönche, durch Moral unterstützt, bringt große Früchte großen Vorteil. Ein Geist, durch Weisheit unterstützt, ist komplett befreit von der Vergiftung, der Sinnesbegierde, des Werdens, falschen Ansichten und Ignoranz. Durch das Zitat von dem Buddha wird hier klar, dass der Buddha wirklich auf die höchste Reinigung des Herzens zählt, nämlich die totale Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Lopa, Dosa und Moa. Das sind halt die verschmutzten Impulse, die den menschlichen Geist befallen. Denn dieses Training oder diese achtfache Pfad, auf dem wir uns befinden und das zur perfekten mentalen Gesundheit in Harmonie mit der Realität führt, liegt natürlich bei uns, dies zu prüfen, anzunehmen und in die Tat umzusetzen. Der erste und der zweite Faktor, die rechte Ansicht und die rechte Absicht, sind die beiden Faktoren, die mit Weisheit verbunden sind, also was sind Weisheitsfaktoren. Der dritte, vierte und fünfte, die rechte Rede, die rechte Handlung und der rechte Lebenswandel, sind die Faktoren der Moral oder Seele auf Pali und das sind halt diese drei Faktoren, rechte Rede, rechte Handlung und rechter Lebenswandel, ist halt dort diese schwierigen Faktoren, wo der Gummi auf die Straße trifft. Also wir können in unserer Meditation sitzen und uns noch so luftige und tolle Ziele haben, doch wenn wir halt anfangen zu reden und zu handeln, werden wir oftmals von unserem alten Ego überrollt und merken es manchmal gar nicht mal. Der sechste, siebte und achte Faktor des achtfachen Pfades, die rechte Anstrengung, die rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration, sind die Faktoren der Geistesschulung, also dem der Konzentration oder eben Samadhi zugeordnet. All diese Faktoren sind voneinander abhängig, bedingen und wirken aufeinander. Der letzte Faktor, der Weisheit, führt wieder direkt zurück zum ersten Faktor, der rechten Ansicht. Wie eine Hand die andere wäscht, so reinigt meditative Schauung unser Verständnis und durch rechte Ansicht wird unsere Meditation feiner und tiefgründiger. Während wir weiter in diesem Pfad beschreiten, wird unser Geist klarer und unsere Schauung subtiler, sodass auch die Weisheit ausgeprägter und penetrierender wird. Die moralischen Prinzipien, die wir uns aufgebaut haben, stärken unsere Meditation und die Meditation unterstützt im Gegenzug wieder die Weisheit. Die Weisheit hilft uns dann, unser Herz von der vernebelten Sichtweise der Dinge zu befreien und sie wirklich so zu sehen, wie sie sind, nämlich einfach Phänomene, die entstehen und vergehen. Wenn wir unsere Weisheit ausgeprägt haben und diese Phänomene wirklich so erkennen können, hilft das dann im Endeffekt unserem Geist, die Dinge loszulassen und also die Dinge, die uns in der Welt, im Leben oder auch mental Probleme bereiten und unsere greifende Faust an diese Dinge langsam zu öffnen. Und wenn wir diese Faust halt öffnen, werden wir dann irgendwann feststellen, dass wir dann mit den Fingern in der Lage sind, einfach wunderbare Dinge zu tun. Also diese achtfache Fahrt ist ein stetiger Prozess, der sich von anfänglicher Ignoranz bis hin zur Befreiung entfaltet. Wir beginnen zum Beispiel zu sehen, wie wir operieren, wie wir unsere eigene Realität gestalten und auf verschiedene Impulse reagieren, die oft zu Stress und Leid führen können. Die rechte Ansicht, der erste Faktor, ist dabei von hoher Bedeutung, da alle anderen sieben Faktoren von dieser rechten Ansicht gelenkt werden. Diese rechte Ansicht, die sichert die Aufrechterhaltung heilsamer Gedanken und koordiniert unsere Ideen. Sind Gedanken und Absicht auf einem heilsamen Niveau etabliert worden, wird natürlich auch die Rede in richtige Relation gebracht. Indem wir rechte Ansicht kultivieren, geben wir fruchtlose und unheilsame Ambitionen auf und kultivieren rechte Anstrengung, die die Entwicklung rechter Achtsamkeit unterstützt. Rechte Anstrengung und die rechte Achtsamkeit, die durch rechte Ansicht gesteuert werden, führen dann zur rechten Konzentration. Also ihr seht, dass all diese Faktoren aufeinander wirken, voneinander abhängen und auf sich zurückführen. Deswegen ist gerade am Anfang diese rechte Ansicht die Hauptquelle des Buddhismus, die alle anderen Glieder des koordinierten Pfades in einem richtigen Verhältnis bringt. Trotzdem ist es halt wichtig, dass jeder dieser Faktoren mit rechter Ansicht verbunden ist, weil gerade diese rechte Ansicht ein Schlüsselprinzip des Buddhismus darstellt. Das heißt, Böses zu vermeiden, Gutes zu tun oder mit anderen Worten, ein reguliertes Verhalten ist eine Funktion von Moral oder von Sieler. Diese Funktion der Moral ist dabei natürlich nie leer von Mitgefühl. Sieler verbindet geistige Qualitäten des Herzens wie Liebe, Frugalität, Rücksicht, Toleranz, Mitgefühl, Mitleid, Großzügigkeit und natürlich die Mitfreude beim Erfolg anderer. Dieser moralische Aspekt in Sieler, das ist halt auch der Aspekt, wo halt unsere Sittenregeln eine große Rolle spielen. Und das ist halt der Punkt, wo die Praxis beginnt, wo wir halt wirklich unsere Sittenregeln einhalten und in verschiedenen Situationen im Alltag halt schauen, wie wir diese eben einhalten können als erste Praxis. Die Faktoren der rechten Rede und der rechten Handlung und des rechten Lebensunterhaltes ist natürlich auch die Entwicklung der ethnischen, mentalen Ebene und dabei der erste Meilenstein im buddhistischen Lebenswandel. Das ist praktisch die Basis unserer mentalen Entwicklung. Jemand, der wirklich meditieren möchte und die Sache halt ernst nimmt und sein Geist konzentrieren möchte, muss praktisch eine Art Liebe vor die Moral entwickeln. Da eine stabile Moral den Geist wirklich nährt und ihn fest und ruhig macht. Zur Übersicht sage ich nochmal kurz was zu den restlichen Faktoren und gehe dann nochmal auf die rechte Ansicht und auf die rechte Absicht ein. Also jetzt kommen wir zum dritten Faktor, kurz zur rechten Rede, das heißt natürlich praktisch, man soll nicht lügen, immer die Wahrheit sprechen, keine Angeberei, Verkleinerungssucht, die zur Zwietracht führen. Die beiden gilt es halt zu vermeiden. Darüber hinaus verzichten wir auf Tratschen oder auf irgendwelche Rede, um uns selber größer zu machen, als wir sind oder besser darstellen zu wollen, weil die Motivation für solche Rede aus falscher Ansicht kommt und nicht zu einem harmonischen Zusammenleben beiträgt. In der rechten Rede sollten Worte gesprochen werden, die den Zusammenhalt, Harmonie und Übereinstimmung halt dienlich sind. Anstelle harter oder verletzender Rede zu benutzen, sollten die Worte gütig und weise gewählt sein. Der nächste Faktor ist die rechte Handlung, bedeutet erstmal kein Töten, kein Stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, das heißt seine eigene Beziehung und die Beziehung anderer zu respektieren. Und rechte Handlung bedeutet natürlich auch, eine Art Mitgefühl zu kultivieren, um ein ungetrübtes Fundament für die Meditation zu schaffen. Der richtige Lebensunterhalt ist ein bisschen spannend, weil das vom Burda Kronter schon sehr alt ist, bedeutet erstmal, sich keinen falschen Lebensweisen zu, also keine falschen Lebensweisen, nach keinen falschen Lebensweisen zu leben. Und anderen und somit sich selbst damit leiden zuzufügen. Dazu gehört, dass man halt nicht mit Waffen handeln soll, jetzt mit, der Buddha sagt, mit Sklaven, also Menschen, mit Tieren zum Schlachten, Alkohol und Gift, also all diese Sachen, davon soll man sich halt fernhalten. Trotzdem ist halt vom buddhistischen Standpunkt dies nicht als totalitäres Verbot gedacht, sondern als Bekräftigung Gutes zu tun. Praktisch eine berufliche Karriere, die mit guten Intentionen und Motiven untermauert ist. Ein heilsamer Lebensunterhalt basiert auf moralischen Prinzipien, die auf eine sichere Gesellschaft zielen, indem sie Einheit und Frieden hervorrufen. Die nächste Stufe auf dem achtfachen Pfad ist die mentale Kultivierung, das heißt die Konzentration oder das Samadhi, die Faktoren der rechten Anstrengung, der rechten Achtsamkeit und der rechten Konzentration beinhaltet. Die rechte Anstrengung als sechster Faktor ist die ausdauernde Bemühung, um erstens böses und unheilsame Gedanken zu vermeiden, die noch nicht entstanden sind, zweitens böses und unheilsame Gedanken, die schon entstanden sind, abzulegen, drittens heilsame Gedanken, die noch nicht entstanden sind, zu produzieren und zu entwickeln und d. die heilsamen Gedanken, die schon entstanden sind, aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Die Aufgabe dieses Faktors ist halt diese stetige Wachsamkeit über den Geist, um Schlechtes zu vermeiden und Gutes im Geist zu fördern. Die rechte Achtsamkeit ist die stetige Ausrichtung seiner Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten des Körpers, das heißt Kayanusathe, Pali, auf unsere Gefühle, auf die Aktivitäten des Geistes, Chittanusathe, und auf geistige Objekte oder Dhammas, Dhammanusathe. Die rechte Konzentration ist die intensive Stabilität des Geistes, die gleich einer stetigen Flamme an einem windstillen Ort ist. Durch die Konzentration wird der Geist fixiert und somit unbewegt und ungestört, so dass dies auch eine hervorragende Plattform für die geistige Schauung bildet. Die korrekte Samadhi-Praxis erhält den Geist und seine mentalen Eigenschaften in einem Zustand von Balance aufrecht. Mit Unterstützung von rechter Anstrengung und rechter Achtsamkeit ist der vollkonzentrierte Geist in der Lage, sich von den mentalen Hindernissen zu befreien und somit klarer Schauung und der Entwicklung von Weisheit dient, die wiederum zur Entwicklung der ersten beiden Faktoren von rechter Ansicht und rechter Absicht führen. Die rechte Absicht beinhaltet Gedanken der Entsagung, der Güte und der Gewaltlosigkeit. Also diese Motivation der Gewaltlosigkeit ist eines der wertschöpfelsten Geschenke an seine Mitmenschen, die dazu führt, dass man mit seiner Umwelt in einem angstfreien Umfeld leben kann. Diese Gedanken gilt es zu kultivieren und auf alle Lebewesen ohne Limitation auszuweiten. Gleich der Rasse, Gesellschaftsschicht, Kaste, Glaubensgemeinschaft, ob es um Menschen geht oder Tiere, Geiste, Devas, Engel, es geht halt um alle, diese Entfaltung der Gedanken. Wenn wir die Dinge mit leidenschaftsloser Einsicht betrachten, werden wir verstehen, dass Eigennützigkeit, Hass und Gewalt nicht mit wahrer Weisheit zu vereinbaren ist. Rechtes Verständnis oder Weisheit ist immer mit rechter Ansicht durchzogen. Jetzt komme ich ein bisschen genauer auf die rechte Ansicht zu sprechen, Samadhiti nochmal in Pali. Also es ist halt dort, wo wir unsere Praxis beginnen und diese rechte Ansicht ist für den Anfang des achtfachen Pfades wirklich so essentiell, weil sie uns die Richtung vorgibt, weil wir dann sehen, wo wir lang gehen. Ist die rechte Ansicht, die wir entwickeln, verdreht, wird sich auch der Rest des Pfades nicht entfalten können. Wenn wir uns auf einer Reise befinden und stetig in eine Richtung gehen und wissen, wo wir lang gehen, werden wir natürlich auch garantiert ankommen, auch wenn diese Reise lang und anstrengend ist. Wissen wir natürlich nicht, wo es lang geht, können wir uns auch noch so anstrengen und noch so motiviert sein, da werden wir unser Ziel nicht erreichen. Bei der rechten Ansicht unterscheiden wir zunächst unter mondäner oder weltlicher rechter Ansicht, die zu weltlichem Glück und die Leichtigkeit ein leichtes Leben führen kann und die supermodäne oder überweltliche rechte Ansicht, die in der Befreiung des Geistes fruchtet. Also bei der rechten Ansicht gibt es einen Aspekt, der sich auf weltliches und auf weltlichen oder spirituellen Gewinn bezieht. Diese moderne Ansicht legt wirklich pragmatisch ganz offen dar, dass dort am Anfang alle heilsamen Handlungen, aller der, die noch nicht vollkommen befreit sind, im Reich der Begierde liegen müssen und wie man somit ein verdienstvolles, glückliches Leben führen kann, anstelle von Stress und Schwierigkeiten. Der Buddha erklärt oft in verschiedenen Sutas weltliche Ansicht, die auf dem Prinzip des Kamas beruhen. Also den Chant, den wir alle auswendig schon kennen und fast täglich chantend in der Abendputscher, halt dieser, alle Wesen sind eigener ihrer Taten, Erbe ihrer Taten, entsprungen ihren Taten, verbunden mit ihren Taten, auf ihre Taten müssen sie sich verlassen, welche Tat sie auch verüben, im Guten wie im Bösen, deren Erbe werden sie sein. Also, all unsere Taten haben ein Resultat, das abhängig von der Motivation dieser Handlung ist. Handlungen im Körper, Sprache und Geist, die durch Gier, Hass und Verbindung motiviert sind, werden in irgendeiner Form natürlich Leiden hervorrufen. Die Handlung aus Großzügigkeit, Güte und Weisheit bringt positive Früchte und Glück. Hier nochmal die ersten Zeilen von der Vom Geist geführt die Dinge sind, vom Geist beherrscht, vom Geist gezeugt. Wenn man verderbten Geistes spricht, verderbte Geisteswerke wirkt, dann folgt einem Leiden nach, gleich wie das Rad des Zugtiers Fuß. Vom Geist geführt die Dinge sind, vom Geist beherrscht, vom Geist gezeugt. Wenn man da laut am Geiste spricht, und lautere Geisteswerke wirkt, dann folgt einem Freude nach, gleich wie der Schatten, der nie weicht. Also rechte Ansicht, dieses Gesetz von Kammer beschreibt, wie sich unser Leben entfaltet und ist natürlich somit fundamental für unser Wohlergehen und Glück. Dabei wollen wir das, dieses Gesetz von Kammer können wir natürlich theoretisch verstehen, aber es gilt natürlich auch darum, das in die Praxis umzusetzen. Wenn wir meditieren, diese Fragen, die man sich oft in der Meditation stellen sollte, ist natürlich, können wir uns an die Motivation unserer Handlung erinnern? Können wir hier und jetzt schauen, was uns zu unserem Handel bewegt? Ist unsere Motivation geschickt oder ungeschickt? Wohin führt unsere Motivation? Und ganz wichtig, will ich wirklich in diese Richtung gehen? Das ist halt dieser praktische Aspekt der Meditation, die die Lehre oder diesen Pfad zum Leben erweckt und es ist wirklich wichtig, dass man den Geist auf diese Weise examiniert, weil wir unser Leben mit unserer Motivation gestalten und somit die Verantwortung für unser Wohlergehen haben. Und das ist natürlich ein Geschenk eines kontemplativen Umfelds, so wie dieses Kloster hier, das uns erlaubt zu meditieren und unseren Geist zu sensibilisieren und genau dies zu untersuchen. Auch in verschiedenen Sutas finden wir natürlich, dass der Buddha diese Macht heilsame Handlung immer wieder unterstreicht und zum Beispiel sagt, wenn wir die Frucht von Großzügigkeit kennen würden, dann würden wir keine Mahlzeit vorbeiziehen lassen, ohne sie zu teilen. So groß ist die Macht der Großzügigkeit. Die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, wie wir in dieser schnelllebigen und individualistischen Gesellschaft diesen Aspekt der rechten Ansicht erstmal erkennen und auch praktizieren können. Und das Einfachste, was man halt machen kann und auch das Hilfreichste und Inspiriente ist einfach seine großzügigen Impulse auch mal weise auszuleben, anstatt diese heilsamen Gedanken einfach ungenutzt vorbeiziehen zu lassen oder irgendwelche nachhaltigen Vermutungen anzustellen. Das heißt, wir können wirklich auf jeden kleinen Gedanken, auf jede Geste zur richtigen Zeit natürlich agieren. Der sofortige Segen an einer großzügigen Handlung ist natürlich, dass es sich echt immer meistens gut anfühlt und wir stärken damit nicht nur unsere Rechte an sich, sondern auch die Praxis des Verzichts Nikam auf Pali und der Güte Meta. Den Nutzen von Großzügigkeit sehen wir natürlich sofort in uns selbst und in unserem Umfeld. Der nächste Aspekt mondäner oder verhältlicher rechter Ansicht ist die Wiedergeburt und die meisten von uns, für die meisten von uns ist es natürlich nur schwer zu greifen, weil es sich außerhalb von dem befindet, was wir direkt wahrnehmen können. Dazu ist es natürlich auch nicht im Bereich des konventionellen westlichen Denkens. Die Schwierigkeit diesen Aspekt der Wiedergeburt, es geht gar nicht darum, das wirklich zu glauben oder nicht. Das Schwierige ist natürlich, weil wir es mit unserer eigenen Wahrnehmung gar nicht prüfen können. Aus dem Blickwinkel geistiger Qualitäten ausbetrachtet ist es natürlich vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob das nun wirklich wahr oder unwahr ist oder diese Argumentation aufzustellen, sondern vielleicht lässt man seinen Geist einfach mal die Möglichkeit offen, ob es Wirgeburt gibt und wir schauen einfach mal, wie das unseren Geist bewegt, was es mit unserem Geist macht. Persönlich, wenn man sich länger mit der Buddha-Lehre beschäftigt und irgendwann mitbekommt, dass der Buddha in so vielen Dingen Recht hat und es dann um die Wiedergeburt geht, stellt man sich auch die Frage, wenn er mit so vielen Sachen Recht hat, warum nicht mit Wiedergeburt? Hier ein lustiges Comic gefunden, und zwar ist es ein Bildchen, das ist ein Sofa, da sitzt ein kleiner Junge drauf, der ist ungefähr zwei oder drei oder vier Jahre alt mit seinem Großvater, also die sitzen zusammen auf dem Sofa und unterhalten sich gerade, der Großvater sagt nichts, der sitzt nur da, total perplex und der kleine Junge sagt zu seinem Großvater, in deinem Alter habe ich auch noch nicht an Wiedergeburt geglaubt. Also es stellt die ganze Sache so ein bisschen auf den Kopf, seine ganze Vorstellung von Zeit und Raum. Kommen wir jetzt zu dieser überweltlichen Ansicht, zur überweltlichen rechten Ansicht bedeutet, dass wir das Leben oder unsere eigene Realität natürlich so sehen, wie sie ist und genau den großen Seemannsknoten des eigenen Selbst zu durchtrennen. Dazu brauchen wir natürlich ein klares Verständnis der vier edlen Wahrheiten, nämlich die Wahrheit des Leidens, Dukkha, Leiden, Stress Unzufriedenheit, das Leiden, was wir in unserem Körper spüren, das Leiden, was wir in unserem Geist spüren, unangenehme Emotionen, Angst, Ärger, Neid, Verzweiflung, Eifersucht, Langeweile, Rastlosigkeit, eine lange Liste von Geisteszuständen, die uns befallen können und Leiden uns hervorrufen. Verbindung mit dem Unangenehmen ist Leiden, die Trennung von dem Angenehmen ist Leiden. Nicht zu bekommen, was wir wollen, ist Leiden. Geburt, Alter, Krankheit und Tod sind Leiden. All diese Erlebnisse kommen uns eigentlich sehr bekannt vor. Der Bode hat das alles zusammengefasst und sagte, dass in Kürze die Anhaftung an Körper und Geist, Namarupa, Leiden hervorruft oder Leiden ist. Was wir hier wollen, bei dieser rechten Ansicht, ist dieses Leiden zu verstehen und uns in eine Position zu bringen, wo wir es erst mal beobachten können, um zu lernen, wie es entsteht und vergeht und um zu lernen, wie wir an den Dingen anhaften, die uns ständig oder die sich eigentlich selbstständig so schnell verändern, dass wir es gar nicht wahrnehmen können. Die Wahrheit über die Ursache des Leidens Wir sehen, dass mit dem Leiden und der Unzufriedenheit ein Element der Begierde eingeht. Spezifisch sind es drei Formen der Begierde. Erstens die sinnliche Begierde, die Begierde des Werdens, Kamatana, ist das, was wir in unserer Welt sein wollen, eine spezifische Rolle oder eine Position, dann die Begierde des Nichtwerdens, Wipapatana, denn etwas nicht zu sein oder nicht werden zu wollen, ist natürlich auch eine Form der Identität, also des Werdens. Also das ist der Punkt, wo man halt das Gefühl hat, dass man fast doppelt gefesselt ist. Wir sitzen hier, haben Begierde und entweder wollen wir etwas sein oder etwas nicht sein und genau hier ist der Punkt, wo das Genie des Buddhas als Stratege ins Spiel kommt. Er sagt nämlich, wir überkommen das Werden nicht dadurch, indem wir es sofort zerstören können, sondern indem wir zunächst lernen, neue, geschicktere oder subtilere Formen des Werdens anzunehmen, die wir in unserer Meditation kultivieren können. Also anstatt irgendwo in die Kneipe zu gehen oder solche Dinge, ist halt eher dieses Werden oder diese Identität. Ich möchte jemand werden, der gerne meditiert, großzügig ist, gütig ist, jemand weise, der als Beispiel auch für andere dienen kann. Und das ist natürlich auch das, was uns im Endeffekt innerlich erfüllt oder auch glücklich macht. Dann die Wahrheit oder das Verständnis über die Auflösung des Leidens und die Wahrheit über den Weg, der aus diesem Leiden führt und sprich halt dieser achtfache oder edelachtfache Pfad. Die rechte Ansicht oder auch penetrierende Weisheit ist das Resultat einer stetigen und stabilen Meditationspraxis, die zur geistigen Kultivierung dient. Zusammengefasst kann man halt zum Verständnis der vier edlen Wahrheiten sagen, dass man sich einfach vielleicht nur neu orientieren muss und anstatt die Dinge ständig zu unserem Gefallen zu arrangieren und zu manipulieren und dafür kämpfen, dass wir ja das bekommen, was wir wollen, gilt es wirklich die Dinge zu sehen die Leiden hervorrufen und diese loszulassen. Diese drei Säulen des achtfachen Pfades, die Moral, die Konzentration und Einsicht agieren also zusammen für ein einziges Ziel und zwar die Befreiung des Geistes. Das ist die Lehre des Buddhas, das Dhamma, das von ihm entdeckt worden ist, das ihm selbst zur Erleuchtung verhalf und das er anderen offenbarte. Kleines Zitat aus Savi Mutimaga Dies ist der Pfad, der nichts anderes führt zur Reinheit und zum Sehen. Wenn du ihm folgst und somit König Mara verwirrst, wird alles Leiden enden. Seitdem ich erkämpft, wie man die Pfeile entfernt, den Pfad offenbarte, so sollst auch du stetig streben, Tathagatas Lehre nur, die den Weg der Meditation beschreiten, von Maras Knechtschaft sich befreien. Jetzt kommen wir zum zweiten Faktor des achtfachen Pfades und das ist die rechte Absicht oder auf Pali, Samasankapa. Wenn wir das Verständnis oder wenn wir diese vier edlen Wahrheiten verstanden haben und die in die Praxis umsetzen wollen, folgt die rechte Absicht, dieser Lehre zu folgen. Die Absicht, die jeder in uns hat, beeinflusst unsere Gedanken und unsere Motive und Intentionen und durch eine klare Geistesschauung sind wir in der Lage zu beobachten, was wir denken und was wir natürlich mit unseren Absichten ins Rollen bringen oder in Bewegung setzen. Wenn man auf sich selbst schaut oder diese menschliche Bedingung sich anschaut, sehen wir, dass wirklich in jedem Moment unseres Erlebnisses gibt es wirklich in jedem Moment einen Impuls entweder zu denken, zu sprechen oder zu handeln. Jeden Moment fließt die Energie unserer menschlichen Bedingtheit in Gedanken und Wörtern, Motivation und Handlungen und natürlich auch in die Resultate der Handlungen. Und das, worauf wir diese Energie richten, ist das, was sie natürlich auch manifestieren wird. Wenn wir diesen Prozess in uns beobachten können und darauf achten, welche Gedanken und Motivation wir folgen, können wir natürlich dann das von transformieren, was sich am Ende manifestieren wird. Also wir sind wirklich die Gestalter unseres Lebens. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem gespannten Bogen. Also all unsere Impulse, jeder Mensch zu jeder Zeit ist halt wie ein gespannter Bogen, bei dem es darauf ankommt, worauf man ihn richtet. Dass man sich fragt, wo ist mein Ziel, was ist mein Ziel und je mehr ich in der Lage bin, dies zu erkennen und diesen Bogen mit rechter Ansicht geschickt lenken kann, kann ich natürlich mehr positive Lebensqualität, Güte mit Gefühl, Sensibilität, Verständnis und Weisheit kultivieren, die wirklich zu wahrem Wohlergehen führen. Bei der rechten Absicht, hier empfiehlt uns der Bruder genau drei Arten von Gedanken oder Absichten zu kultivieren. Die erste hatte ich vorher schon gesagt, ist die Absicht des Verzichts in die Kammer auf Paris, die den Kräften der Begierde auf jeder Ebene, ob es nun materiell ist oder auch mental entgegenwirkt. Also ich kann auch auf Emotionen zum Beispiel verzichten, auf Ärger verzichten. Das ist keine Praxis der Selbstberaubung, sondern es geht da einfach darum, Prioritäten zu setzen, die Dinge zu kultivieren, die wirklich wichtig sind und den Rest loszulassen. Hier ist nochmal ein kleines extremes Beispiel von Verzicht und was dabei rauskommt. Als mein Haus niederbrannte, gewann ich einen ungestörten Blick auf den klaren Sternenhimmel. Also gerade wenn es hier um Begierde geht, sagt der Buddha nicht, dass die Objekte der Begierde schlecht sind, sondern es geht schlicht um die Begierde selbst und um unsere Obsession mit unseren Plänen, wie wir unseren Geist ständig mit unseren Plänen praktisch ernähren, weil wir so konditioniert sind. Fragt man sich natürlich, was dabei herauskommt, denken wir zum Beispiel daran, wie wir Stunden damit verbringen können, eine Mahlzeit zu planen und wie lange es wirklich dauert, diese Mahlzeit zu verspeisen. Also die stehen im keinen richtigen Verhältnis. Also schauen wir uns die Nachteile dieser Begierde an und wie wir uns oftmals damit selber plagen. Deswegen gab es auch in den Suden oder deswegen hat auch der Buddha so viele bildliche Gleichnisse, um gerade das auszudrücken. Eines der berühmtesten ist das Gleichnis von diesem Hund, der halt stundenlang auf einem Knochen nagt und auf dem Knochen nagt und nagt und das alles, was er natürlich dabei herausbekommt, ist nur der Geschmack seines eigenen Speichels. Also zusammengefasst durch die Praxis des Verzichts lernen wir weise unsere Beziehung zu den Dingen so zu ändern, dass sie uns nicht mehr länger binden können. Die nächste Absicht, die der Buddha empfiehlt zu kultivieren, ist die Absicht der lebenden Güte, Meta, um Aversion und Ärger entgegenzuwirken. Dieser Faktor der liebenden Güte gilt fast schon als Verkörperung des buddhistischen Pfades und bringt uns nicht nur selbst, sondern auch unserem Welt Frieden und Wohlergehen. Dazu wirkt sich eine liebende Güte natürlich auch positiv auf unsere geistige Scharung aus. Dabei gilt es auch, die liebende Güte zu sich selbst zu entfalten, was uns dabei hilft, unser tägliches Erleben besser zu akzeptieren und wenn ich meine Welt liebe oder eine liebende Güte zu der Welt empfinde, habe ich auch weniger Schwierigkeiten, die Dinge loszulassen und einfach in ihrer Natur so sein zu lassen, wie sie wirklich sind. Also das Loslassen fällt auch mit viel Metern leichter. Die dritte Motivation, die der Buddha aufgeführt hat, ist die Motivation der Gewaltlosigkeit. Wenn wir diese Praxis der Güte und des Mitgefühls entfalten und abstinent von böswilligen Handlungen leben und niemanden ausnutzen, werden genau diese schlechten Qualitäten in unserem Herzen nach und nach verschwinden. Also es ist wichtig über rechte Absicht nachzudenken, über die eigenen Motivationen und Intentionen nachzudenken und wo diese hinführen. Denn es sind gerade diese drei Motivationen, die den Geist zur Ruhe bringen und von denen natürlich auch unsere Meditation abhängt. Und zwar nicht nur auf dem Meditationskissen, sondern auch im Alltag. Das Samadhi oder unsere Konzentration ist halt dann im Endeffekt der Punkt, wo wir die Abstinenz von sinnlicher Begierde, Aversion und Gewaltlosigkeit realisiert haben. Also nochmal ist die Praxis der rechten Ansicht eine Praxis, bei dem wir den Geist in eine richtige Richtung neigen und bei dem wir alle unsere Anstrengung, Achtsamkeit und Weisheit brauchen. Dazu ist es vielleicht manchmal ratsam, eine Pause einzulegen, sich zu entschleunigen, sodass wir uns von unseren normalen Verhaltensmustern halt nicht überrollen lassen. Fehlt es uns nämlich an Achtsamkeit und Klarheit, sind es genau diese alten Verhaltensmuster, altes Ego, diese Muster unserer alten Persönlichkeit, die uns überkommen und entführen können und wir merken es oft gar nicht. Um unsere Herzen praktisch und unseren Geist zu transformieren, sollten wir halt wirklich reflektieren, worauf wir unsere Absichten richten, welche Gedanken wir folgen und uns fragen, sind diese Gedanken geschickt und führen zu mehr Harmonie, Verbindung und Glück oder ungeschickt und enden in Negativität, Konflikt und Zwietracht. Dies nehmen wir uns natürlich vom Buddha zu Herzen und Reflektieren darüber, wie wir unser Leben halt wirklich transformieren können und was wir durch unsere Motivation in Bewegung setzen. Dadurch kultivieren wir unsere emotionale Intelligenz und ein eher altruistisches Herz, das wirklich dem höheren Guten dient und mit dem höheren Guten in Verbindung steht. Wir verstehen unsere karmischen Gesetzmäßigkeiten in ihrer Funktionsweise und wir verstehen, wie wir uns selbst und damit unsere Beziehung mit unserer Umwelt harmonisieren können, ohne uns dabei in eine Zwangsserke zu stecken. Diese ganze Praxis des Buddhas ethnischer Werte wird natürlich sehr schön in der Mangala Sutta wieder gespiegelt und hier ist nochmal ein kleiner Auszug aus Archan Mettikos Chanting Buch Die Sutta kennt ihr auch viele von euch Also ich glaube es ist in Savati der Ort und eine Gottheit kommt zum Buddha und sagt Viele Götter viele Menschen über Segen nachgesonnen wünschen sie sich Segensprüche sagt mir denn den höchsten Segen Dann antwortet der Buddha Kein Umgang mit Horen Nur mit weisen Umgang pflegen Solche Ehren die es verdienen Dieses ist der höchste Segen Eine Heimat die sich eignet und Verdienste schon geschaffen eigenes Streben richtig legen dieses ist der höchste Segen Reich an Wissen und an Können gute Umgangsformen pflegen und die Rede wohlgesprochen dieses ist der höchste Segen Vater Mutter unterstützen Ehefrau und Kinder hegen Arbeit ohne Durcheinander dieses ist der höchste Segen Geben und dem Damm erfolgen und auch die Verwandten hegen Handlung frei von jedem Tadel dieses ist der höchste Segen sich vom Bösen fortbewegen Abstinenz bei Rausch Getränken umsichtig bei allen Dingen dieses ist der höchste Segen und Respekt Bescheidenheit Zufriedenheit und Dankbarkeit zu rechten zu rechten das Damm hören dieses ist der höchste Segen mit Geduld Kritik ertragen Samanas zu sehen bekommen Lehrgespräch bei Zeiten führen dieses ist der höchste Segen Brahma Wandel und Askese edlen Wahrheiten erblicken und Nibana sich erschließen dieses ist der höchste Segen wird berührt von Weltlichkeiten sich das Herz nicht zitternd regen frei von Staub und Kummer sicher dieses ist der höchste Segen jene die solche Dinge schaffen unbesiegt in jeder Hinsicht gehen zum Glück auf allen Wegen für sie ist das der höchste Segen das war die ersten beiden Aspekte der rechten Ansicht und der rechten Absicht Namo Tasa Bhagavato Arahato Sammasam Bhutasa Nam Namo Tasa Bhagavato Arahato Sammasam Bhutasa Namo Tasa Bhagavato Arahato Sammasam Bhutasa Bhutang Tama Samkham Namas Sámi An Vielen Dank.